Willkommen zu meinem Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Ufo, ja? Mal wieder was von Ufo, das neue Album kommt, ja? Nur für dich zwei, das ist jetzt die zweite oder dritte Single zum Album. Die erste hatten wir auch darauf reagiert, wie hießen die nochmal? Say Goodbye war das, jetzt ein neuer Song mit Musikvideo. Geht sogar relativ lang, knapp vier Minuten. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt da rein und labern nicht so viel. Let's go! Auf dem Kind Autotune, der Stimme. Was ist es beschäftigt? Ist der Heil. Ey. Und du willst wieder eine Runde durch meine Gedanken, bleib nicht zu lange, ja? Sonst träum ich wieder von dem, was wir zwei leider nicht haben, leider nicht haben, ja? Und du drehst wieder eine Runde durch meine Gedanken, bleib nicht zu... Oh. Okay. Ähm. Der Beat ist... Der ist krass. ...und du drehst, du drehst, du drehst, es wird nie wie es war. Ja, also man muss schon sagen, das ist schon sehr, sehr gut, aber ich muss leider sagen, ich bin überhaupt nicht in dieser Stimmung dafür, ne, momentan, also ich bin gar nicht in dieser Stimmung für so ein Album, überhaupt nicht, deswegen ist das leider nichts, was ich momentan privat hören würde, muss ich echt sagen, weiß nicht, letzter Zeit feiere ich Ufo nicht mehr so krass, ne, ich höre mir immer an, wenn was von ihm rauskommt, das ist für mich einfach Standard, es gibt so Musiker, die höre ich so gut wie gar nicht privat, aber das ist einfach für mich jetzt, ob mit Reaction oder ohne Reaction, das gehört für mich einfach dazu, das abzuchecken, was sie rausbringen, da gehört Ufo zu, das ist bei Bones so, bei Jizzes und ein paar andere, ja, da checke ich immer ab, wenn was rauskommt, aber hören die meistens dann gar nicht so viel privat, weil es für mich einfach dazu gehört, ja, und das hier ist auf jeden Fall ein guter Song, aber momentan echt nicht so mein Vibe, ja. Okay, wie geht's? Ich kann diese Sprache nicht, aber hat der gerade wirklich was auf Japanisch gesagt? Irgendwas, einen echten Satz oder einfach nur irgendwas gelabert? Wenn das einer weiß, schreibt es mal gerne in die Kommentare, das wäre krass, wenn da die Sprache wirklich kann. Schreibt mir, wie es falsch sein kann, wenn es sich gut anfühlt, wie ich ehrlich sein soll, wenn du jedes Mal lügst, vielleicht ist es zu spät, vielleicht war es zu früh und ich weiß, ich werde dir wieder begegnen. Ach, haben die in Japan das Lenkrad auch auf der anderen Seite wie in England? Wusste ich gar nicht. Wie das, was wir verdient haben, soll es so sein? Ja, ich dreh mir ein und zieh dran. Natürlich. Ja, wie gesagt. Das ist gerade momentan überhaupt nicht das, was ich hören würde. Das zieht mich irgendwie sehr runter, sowas, ja. Krass. Aber das ist wahrscheinlich das, was den Leuten, ja, vielen hilft sowas, ja, zu hören. Es ist wirklich gut, muss man echt sagen. Schlecht ist das definitiv nicht. Also es ist auf jeden Fall besser als die Sache, die er davor rausgebracht hat, dieses Sony-Album. Das war nix. Sagen wir mal so. Das war im Griff ins Klo. Sonst träum ich wieder von dem, was wir zwei leider nicht haben. Leider nicht haben, ja. Und du drehst wieder eine Runde durch meine Gedanken. Bleib nicht zulange. Sonst träum ich wieder von dem, was die zwei leider nicht haben. Vielleicht eines Tages, ja, nur für dich, zwei. Wo kommt denn das Album eigentlich jetzt raus? Okay, okay, ja, ey, guter Song, wirklich, wirklich ein guter Song, muss man echt sagen. Wie ihr hättet es dir gefallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, Abole nicht vergessen, checkt die Videobeschreibung ab, wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.